Nummer 10 und 11 Was meinst du, Sonja, wie findest du die Wohnung? Sollen wir sie mieten oder nicht? Naja, sie hat mir schon gefallen. Ein schönes, großes Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Zimmer für Erik, ein schöner Balkon und alles ist neu, renoviert. Das finde ich auch. Ich habe nur Probleme mit der Lage. Klar, sie liegt zentral, aber direkt an dieser großen Straße. Das wird sehr laut. Das Schlafzimmer geht ja nach hinten und du wolltest doch unbedingt in die Stadt ziehen. Hm, lass uns doch einmal die Kosten durchrechnen. Also, 650 Euro Miete warm. Jetzt zahlen wir 400 Euro, haben aber viel weniger Platz und sehr hohe Fahrtkosten, um in die Stadt zu kommen. Und wir haben dann eine schönere Küche. Ich hole mal einen Zettel und wir schreiben alles auf. Das Schlafzimmer 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 Das Schlafzimmer